Was ist meine große Leidenschaft? Ja, es ist meine große Leidenschaft und ich mag es eigentlich immer denn, wenn es ehrlich und erfolgreich zugleich ist. Was ist meine große Leidenschaft? Ja, ich glaube, dass es Sachen gibt wie unsere Sprache, unsere Kultur, unsere Landschaft und die besonderen Lebensmittel aus der Region, die es wert sind, sich von der Globalisierung zu bewahren. Ja, das war die Zeit, die ich noch jeden Tag fortführen konnte. Sieben Tage die Woche und heute schaut es mit dem Körper noch aus. Was ist meine große Leidenschaft? Habe ich jeden Tag mehr und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass ich mit Bein und Füßen im Leben stand. Was ist meine Freizeit? Freizeitbeschäftigung ist für mich wichtiger denn je. Was ist meine Freizeit? Es findet ausschließlich mit meiner Freundin Birgit statt. Was ist meine Freizeit? Alles das, was mir die Mama früher als gesunde Verkauf hat wählen und die Miete will zum Schätzchen was. Schätzchen und die Miete Alle Zähne